Wann lässt du wieder deine Pferde tanzen? Wann kommt der Clown, der seine Späße macht? Erwartungsvolle Kinderaugen strahlen Und das ist mehr als das verfluchte Geld Solang sie noch mit dieser Münze zahlen Gehört der Zirkustraum in ihre Welt Schlagt nicht das Kinderwunderland in Scherben Hilft alle mit, der Zirkus darf nicht sterben Ja, 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 ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Herzlich willkommen! Wir präsentieren Ihnen ein internationales Zirpus-Programm mit Autisten, Tieren und Frieden. Ein ganzes Zelt voll Zirpus-Welt. Und zu diesem Zirpus-Programm wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Und zu diesem Zirpus-Programm wünschen Sie die Unterhaltung. Und zu diesem Zirpus-Programm wünschen Sie die Unterhaltung. Und zu diesem Zirpus-Programm wünschen Sie die Unterhaltung. Untertitelung. BR 2018 Tierlosen Umgehör und seiner beliebten deutschen Zirkus-Panditionen. Die waren schon immer ein Markenzeichen des Zirkus-Usch. Den Zirkus-Usch von verschiedenen Kontinenten unserer Erde organisiert und vorgeführt von Markus Kreiser. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Appέ Markus Kreuzer Schönheit und Eleganz Applaus 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 Die Hochschule gilt mit Recht als die vornehmste Form der Kette der Sorge. Die Großleitungsgesellschaften sind 18. Jahrhunderts abgestanden, die die Grundlage unserer modernen Servicekunst bildeten. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen nur eine klassische Hochschule ankündigen zu können. Sie wird geritten, voran Roger, mit die. Applaus 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ...... ......... ......... .........